Hat's bei euch auch so schön geschneit wie bei uns in Sachsen. Oh Mann, ich kann euch sagen, das war echt ein Spaß heute früh. Hallo und ein herzliches Willkommen zum 12. Ich hab mich zwar gut auf den Winter vorbereitet, aber manche Dinge, die sind einfach nur für heute. Oh nein, es wiederholt sich. Ihr wisst, was es ist. Ich muss das nicht extra vorführen, oder? Danke. Oh, Entschuldigung. Das fällt mir auch nicht immer so leicht. Und was aber passiert? Das wiederholt sich. Und das wiederholt sich. Ach, komm raus. Mensch, das war doch nicht besser. Na ja. Ich bin okay. Ich hab flinken. Okay, welchen Sinn wir aus dem Spruch haben wir haben. So. Ich hab... Fokus. Ich habe heute ganz bestimmt kein Foto für dich. Ohne jeglichen Sinn. Du hattest auch gestern kein Foto für mich und vorgestern auch nicht. Gut, das war sehr aufschlussreich. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß, es ist nervig. Ich bitte um Entschuldigung. Ich hätte es wahrscheinlich gar nicht erst angefangen, wenn ich es nicht sagen würde. Ich bin mittendrin. Ja, jetzt muss man es halt durchstehen. Für mich ist es auch anstrengend. Vor allen Dingen von dem habe ich mir erwartet. Egal. Kommt gut in die neue Woche. Dann bis morgen. Tschüss.